Ach, das wird jetzt wunderbar, ich freue mich. Das hier, Ladies and Gentlemen, ist Geb. Einen wunderschönen guten Abend, Geb. Ich überreiche dir einfach das Mikrofon, dann ist es leichter für dich zu sprechen. Geb, du hast in mühsamer Kleinarbeit diese menschliche Orgel zusammengeführt, die genauso funktioniert wie eine richtige Orgel. Das heißt, da gibt es auf der Tastatur, kann ich einfach... Du kannst einfach drücken, die Töne sind dann verknüpft mit den Kopfhörern. Da anfangen. Irgendwie so, das ist aber gar nicht so leicht zu spielen, da kommt man ein bisschen raus, wenn man es selber nicht hört. Oder du hörst es? Ich höre es, aber es ist natürlich verzögert. Okay, das heißt, du spielst gleich Songs. Das ist für euch jetzt schon wichtig. Die menschliche Orgel wird diese Songs wiedergeben und ihr müsst erraten, welcher Song das ist. Bin ich dran? Ja, bitte, Harry. Sind die elektrisch verbunden im Genitalbereich? Je nachdem, wo man... Ja, genau so haben wir das... Entschuldigung, Gerd. Sorry, Leute. Also, wenn ihr denkt zu wissen, welcher Song das ist, und wir brauchen nur den Songtitel, buzzert ihr bitte. Wenn die Antwort richtig ist, gibt es einen Punkt und wir gehen über zum nächsten Song. Ist sie falsch, scheidet ihr für die Runde aus, die anderen können aber weitermachen. Okay? Für die ganze Runde oder nur für die Frage? Nee, für die Frage. Für diesen einen Song bist du dann raus, wenn es falsch war. Was gedrückt ich gerade eben? Also... Aber das ist ja gut, dass wir uns gegenseitig ergänzen hier und am Ende dann perfekt sind. Ja? Ich hatte gerade den ganzen ersten Teil lang hier noch so ein bisschen Spigat in der Schnauze. Ob wir nochmal anfangen können? Ja. Können wir nochmal von vorne. Einfach nochmal von vorne. Oder wir müssen den ersten Teil rausnehmen. Der ist von meiner Seite null freigegeben. Also, ich muss den echt... Ich hatte die ganze Zeit hier. Und ich habe die ganze Zeit gelacht. Du hast das gesehen. Du hast das gesehen. Sie hat das die ganze Zeit gesehen und mir nicht gesagt auch. Vor allem, das sah aus wie Scheiße. Also... Hör auf! Da muss man sich so richtig aufregen. Scheiße! Hör auf! Hat er das kaputt gemacht? Nein, das hat er nicht kaputt gemacht. Das ist meins. Da hab ich reingetreten. Nein, ich hänge da bei der Bilderrahmung. Ach man, Leute, bitte. Ganz kurz. Wisst ihr die Regeln jetzt? Ja, ihr wisst die Regeln. Ich habe es erklärt. Und wenn nicht... Wir sollen das Lied raten, Mann! Das ist doch alles jetzt! Das ist doch einfach ein Anfang! Das ist doch nicht so viel! Mach es doch nicht so kompliziert! Du machst es mega kompliziert! Wir legen einfach los. Hier ist der erste Song. Bitteschön. Ba, ba, ba. Ta-da. Scheiße. Ach so bin ich jetzt dran? Ja. Alle gucken dich an, Holi. Ba, ba. Kann man schon mal danach? Ich bin dran. Das ist mein Spot gerade. Okay. Ba, 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 ba. Wir hätten auch noch länger hören können, dann wäre es leichter gewesen. Time after time! Ja! Shit! Boah. Wir hören zur Sicherheit einmal rein. Ja! Ja! Natürlich! Time after time! Cindy Lover, Jackpot! Oli, genau so funktioniert das Spiel. Wir machen sofort weiter. Einen Punkt für dich natürlich noch. Und ich werde das noch im Laufe der Sendung beweisen, dass die Erde doch 25 Stunden braucht, um sich einmal... Alles möglich. Hier ist der zweite Song. �, ba, ba, ba. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr gut, hier ist noch einer Ja, na, wir hören rein Und alle im Publikum Do you feel the pain, or am I only dream? Ich höre auch Sieht schön aus Ja, guck mal wie geil das aussieht Ja, gut gemacht Olli Vielen, 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 vielen Dank an Gap, an die menschliche Orgel Das war die menschliche Orgel Das war die menschliche Orgel Das war die menschliche Orgel